moin moin und herzlich willkommen so dann wollen wir mal weiter questen hier aber ich muss hier oben ja toll jetzt kann ich gar nicht erwarten dass legion released wird wenn er jetzt richtig heiß drauf muss ich das zwar alles noch mal questen spielen wie auch immer ich will auch ich will auch was ist das sind ja so ein halber raid oder was ja das war dann auch gar nicht mal so geil wieder beliebungen laufen obwohl muss ich ja sowieso aber ich glaube hier werde ich dann geheilt gleich ihr seid gestorben ach da guck mal todesursache wo ist das gemein 215 tausend schaden geht's denn noch der zaubernde überzeugt erzeugt überzeugt überzeugt wenn er geben muss da wurde ich nicht mehr also nächstes mal rüber springen da wenn ich es mitbekommen heißt es da hat das da da war schon wieder so ein scheiß ding okay jetzt hat das aufgehört was muss ich jetzt machen jetzt töten 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 tot ich bin ja schon fertig jetzt der starrer so auf zum nächsten da kann man schon eine quest abgeben der moog wieder fürst elidan kennt den lasershow das trifft nicht immer daran es gibt kein die eiskammer mit ganz viel feuer muss ja rüber das sieht ja auch nett aus erstmal diese dinger hier drücken gegenmaßnahme ich brenne ich brenne zack haha eingefriert eingefriert ernsthaft der hund wir jetzt auch auf die terrasse mein leben die sich dem untergang der brennenden das ist eine maske oh was ist das schatztruhe ach eine schatztruhe augen offen halten hier ne oh gesundheitsstein naja egal haben oder nicht haben ne ach hier hatten wir ja auch noch was hatte ich ja ganz vergessen die letzte quest muss ja dann geradeaus durch sein ne ich muss land oh der ist gleich hoch oh der ist gleich hoch ich will laufen Was hab ich denn hier noch? Was ist das? Dunkelwein, achso, das war noch hier. Ich vergaß. Hallo, ich will looten. Ja, hab ich schon. Geht nicht. Toll. Aber, quest complete. So, und bevor der Hund hier gleich in die Bude macht, muss ich gleich erst mal kurz rauslassen. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vermichtung steht. So, aber es gibt so, oh ne neue Taille, irgendwo. So, einmal anlegen, das gute Stück. Und dann lassen wir kurz mal den Hund raus. So, der Kleine hat erst mal schön gewurstet. Und jetzt müssen wir erst mal auf einen Fahrstuhl warten. Chuuu. Schuuck. 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 Puh. Puh. Und jetzt muss ich noch mal sehen, die Luftwaffe hat er. Und dann muss ich noch sagen, wenn ich jetzt hoffen möge, dann nichts passiert. Ich hole uns still in der Hand. Ich hole mich noch nicht. Und dann muss ich hin, dann. Und dann mit dem Hand crucifixen. Dann kommt die Luftwaffe. oder verbündeten sind gefallen meine armee wird euch zurück zerschmettern bevor ihr das lichter blickt basti lachs world portal wo immer das hinführt da gehen wir erst mal noch nicht durch was hier los warum leuchtet das auf ach guck mal level 100 auch hier ja mensch vorbereitet passiv renken full retreat das war glaube ich hier dieser rachsüchtiger rückzug der auto attack has a chance to deal shadow damage and generate fury das ist eigentlich gar nicht schlecht weil man macht mit auto attack glaube ich so mit den meisten schaden machen wir das mal nanu mein leben mein leben ja dein leben vertraut aufführst illegalans plan ein neuer helm das ist schon wieder ein hässliches ding falls wir uns nicht wiedersehen sterb wohl was war damit speichern outfit ok neues outfit speichern tot der legion so springt in den pool auch nicht oder was das schwarzes bild wieder zehn jahre jetzt haben die andauern dieses video und werbung für world of warcraft oder was ich habe alles geopfert was habt ihr aufgegeben was das denn jetzt ach so which follower you will you choose ok na wenn jetzt auf deutsch kane sonnenzorn ist ein treuer leutnant dem fürst iledans sturmgrimm mehr vertraute als anderen er glaubt dass zusammenarbeit und persönliche opferung aufopferung für den sieg über die legion nötig sind ehrenhaft und anspruchsvoll folgt er iledans ideal seine aufgabe um jeden preis zu erfüllen diese story entscheidung hat keine auswirkungen auf die macht eures charakters oder altrius der leidende ist ein abtrünniger der die dinge selbst in die hand nimmt obwohl er und ilidan dieselben ziele haben ist er selten mit diesen methoden einverstanden altrius glaubt dass ilidan seine macht nicht unter kontrolle hat und verlangt nach einem neuen anführer der elitari diese entscheidung diese story entscheidung hat keine auswirkungen ich nehme glaube ich mal den linken den sonnenzorn da waren die auch im kämpfen der leidende und sonnenzorn wir sind alles was zwischen der legion und unsere kopf obwohl er gar nicht besser ist als meiner ne denkt immer daran es gibt kein höheres ziel als die vernichtung der verschwimmen in christian schenkst du dort bei 50 person an reviews auf damit stecken bei 35 prozent vor 10 seconds lasst euch nicht von der macht der legion über wenn das hier wurde vorlage was ach so okay wenn die vorlage war ja und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht weil man konnte ja früher gucken hier mit wie viel beweglichkeit stärke und so weiter man hat und da konnte man ja auch sehen was die werte einem bringen aber dadurch dass man das jetzt nicht mehr sieht weiß ich halt nicht ob dieser helm hier besser ist aber ich jetzt zum kred brauche oder oder meisterschaft das weiß ich leider nicht ein bisschen doof ich meine gut beim leveln ist das egal aber trotzdem wird mich das mal interessieren so jetzt gibt es ja eine legendäre kiste die einfach mal verschwindet so ein luder auch die einfach ab hier kann ich runterfallen ja natürlich so ne komm du und erwache zum leben da ist er ja 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 ne aufmauten kann man hier nicht aber darf nicht fallen lasst euch nicht von der macht der legion überwältigen mit erst magier katka seid ihr bereit für den aufbruch der mir einfach weg so nun laden wir weiter hier bin fertig okay jetzt sind wir in dollar in dollar clan und nun wo muss ich hin habe keine quest mehr das muss ja hier erstmal alles laden irgendwo hinter mir ist eine quest wohl scheinbar gehen wir doch mal gucken entdeckt daran ich war schon längst in dollar ran ach da ist er doch erz magier heiße röster alles erz magier hier der sieht aus wie ein bauer ach da das ist ein orangenes quest das heißt eigentlich legendary fürst elidan kennt den weg falls wir das ist ich wollte ja noch ein pad dazu tun da weil ich ja so wahnsinnig viele hier habe so wieso kann die eigentlich hier drin aufmachen und ich nicht was soll denn das so so gucken so jetzt spinnt der hund wiederum äh wo sind wir denn hin da so 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 Wow, sieht ja auch heiß aus hier, der Himmel. So, hier muss ich eigentlich irgendwo hin, aber da ist noch nix. Mein Gott, das dauert aber bis hier die Sachen geladen sind in Dalaran. Dann machen wir hier mal einen kurzen Cut und sehen wir uns gleich wieder.